ja welcher tun also ich konnte gerade die ganze den fernseher hören ich weiß ich keine ahnung ist die ton stockt vielleicht mal aktualisieren den stream also bei mir stockt nichts ich flexi dieses worgen Ende frei yo yo dieses worgen Ende frei gestern auch schon gestreamt nahm Popokop nahm Popokop so ich weiß nicht irgendwie aktualisiert er mal mit den stream ich hab hier bei mir lädt er den streamer mir nicht komischerweise aber läuft aber noch ja ja irgendwie im Mac irgendwie jetzt vielleicht ne jetzt aktualisier auch mal ja jetzt jetzt glaube ich jetzt steht live ja jetzt ja so aber was für ein unterschied das ist so zu live von der Playstation und ich streame nur mit 5 mbit ne also nur mit 5 megabyte auf 720 naja kommt mit klar so ja wie gesagt ich weiß nicht keine ahnung woran es liegt mit dem ton I don't know so neue Runde Multiplayer ich hab auch die Aufnahme mal gestartet wieder machen wir mal so zwei Spezial Multiplayer folgen ja wenn sie fällt kannst ja mehr machen ja abgrund abgrund tief bin ich auf jeden Fall mit bei T-Arm D-Arm 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 D Denk daran! Keine Überlebenden! Risiko! Und ich die mit hasse! Ich kenn die noch gar nicht! Ich find die voll geil! Alter! Triple Kill! Alter was! Sven, ich kann dir definitiv empfehlen, wenn du die freigeschaltet hast, die Chaingun! Alter, die ist so mega! Aber du musst dann auch L2 gedrückt halten und R2, damit die warm läuft! Die Chaingunner hab ich auch von Anfang an gehabt, oder? Echt? Ah ja, stimmt! Die ist ja von Anfang an frei! Die ist echt gut! Also ich kann die echt empfehlen! Die spiel ich seitdem ich die einmal getestet habe! Hier läuft doch einer! Ja, hier wird irgendwie geschossen, aber ich seh keinen! Da oben! Geh weg du stirbst! Wie hat der denn denn jetzt gemacht? Ach komm! Ey! Ach! Das ist doch lachhaft! Spring doch da hoch! Nein! Nein! Dämonischer hast aktiviert! Dämonischer hast aktiviert! Wie das immer sagt! Voll freundlich so! Volles brutales Spiel, aber eher so Dämonischer hast aktiviert! Ja! Schön! Ja! Ist doch geil! Es sind doch aber drei Mann! Naja! Ist bei mir nicht anders! Dämonenruhne taucht gleich auf! Ja! Lass doch auf auf! Okay! Verbündeter Baron gespawnt! Ich nehm mal Kopfgeld! Da hinten sprang grad einer! Ja! Aua! Da schoss jemand auf mich! Lass das! Hä? Uah! Ach komm! Vor allem manchmal dann rennt's jemand hinterher und dann ist der weg! Den findest du nie wieder! Der ist weg! Der ist lost! Der verschwindet einfach mal plötzlich! Odomen hat ihn und die kommt dann zu zweit! Ja! Ich hab unsichtbarkeit und ich seh keinen! Ganz toll! Ich hatte auch schon, schon, schon... Ich glaub Jerome war auch dabei, ne? Wo die da in Gruppchen gelaufen sind! Da waren die mit sechs Mann unterwegs und sind alle zusammen gelaufen! Ja! Boah das ist müß! Ja jetzt! Na! Nee ist klar! Ich bin unsichtbar, aber... Mhhh! Bisschen freundlicher, bitte! Ey, aber wenn zu... Ich komm hier in die Ecke und bin direkt tot, aber trotz Unsichtbarkeitsmodus! Unglaublich! Findest du recht merkwürdig! Sorry, aber wenn zu dritt dann erst... Hier schimmelt einer in der Ecke! Ich glaub's nicht! Er schimmelt in der Ecke! Mach ihn alle! Sehr schön! Jawoll! Dark Matter! Sauber! Jawoll! Aber warst du das? Hä? Was auch? Ne, irgendeiner hat da den... Irgendeiner hat mich da gecatcht! Das macht doch keinen Spaß ey! Sporen und dann direkt erschossen! Der Dämon! Irgendwie! Der Dämon! Ja, kommt! Schon mal dort zu dritt! Ihr könnt nix! Ihr könnt absolut nix! Hallo! Wir führen 28 zu 23! Ne, die kam auch grad zu dritt an! Ja, ist klar! Ach! Ach! Komm! Geh sterben! Ich hab gesagt, du gehst sterben! Dämonensucher aktiviert! Ach! Dämonensucher aktiviert! Mist, den wollte ich gar nicht nutzen! Den Dämonensucher, weil ist ja eh keiner unterwegs! Wie ich mich eigentlich nicht aufregen wollte, aber... Hey mein Freund! Jetzt nicht! Ciao! Ja, ist ja an dem einen neusten vorbei und mich erwischt du, ne? Du Schlumpf! Sag's doch! Du Schlumpf! Sprich's doch aus! Sprich's aus! So wie bei GTA! Arschloch! Sag's doch! Sag's doch! Arschloch! Du wolltest es sagen! Sag's doch! Wo musst du hin? Sag's doch! Sascha, da müssen wir immer nur ne Liste fahren! Ja! Definitiv! Boah! Selbstmord! Es hat so viel Spaß gemacht, wo wir die Liste zusammengefahren sind! Nein! Da kommen sie zu zweit! Mist! Ähm... Du bewege dich schneller bis zu 15 Meter von dem, wo du entfernt bist! Okay! Das nehmen wir mal! Ach! Mist! Da kommen wir nicht hin! Ah! Jetzt komm ich nicht hoch, ey! 44, 31! Läuft! Jungs! Läuft! Ui! So! Ja, klau mir ruhig den Kill! Vielen Dank! Und den nächsten Kill klau mir! Ich bin schuld, aber den Rest dürfen wir behalten, schreibt Kevin! Hehehehe! 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 Versteh ich nicht? Kevin ist schuld! Nein, was?! Ich hab schneller geschossen! Das gilt nicht! Das gilt nicht! Ich hab schneller geschossen! Kevin ist schuld! Kevin ist schuld! Kevin du bist schuld, dass ich ihn schneller schießen konnte! Wo bist du hin? Nein! Oh mein, jetzt ist er weg! Der eine schießt mich von ihm! Der ist klar, du kleiner Wicht! Du kleiner Schlumpf! Weeeee! Nein, das ist einfach nur ein Wicht! Hehehehe! Bei mir sind Schlümpfe! Hehehehe! 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 Das war meiner! Toll! Jetzt klaut mir den Dämonen da noch den Kill! Ach, hat er jetzt mal wieder 4 oder 5 Stück gemacht! Ciao! So! Nein! Mist! Ich hab's ja kaum noch Leben! Verdammt! So! Gehen wir mal da oben hin! Was? Dass hier rumgeschossen wird! Ja! Und Mod 6! Nein! Nein! Ich springe in den Tod! Ich hab Selbstmord begangen! Was? Muss ja auch mal sein! Ich find's trotzdem! Ich find's trotzdem! Ich find's trotzdem! Ich find's trotzdem! Ja, komm! Ich muss das ja auch mal zeigen, ne? Mit Selbstmord und so! Damit dann die Leute auch mal sehen, wie das aussieht! Hehehehe! Aber ich find 14 noch geiler wie COD! Ja! Oh, ist's! Das Schöne hierbei ist ja einfach, einfach nur losballern und fertig. Und bei COD musst du ja dann deine, 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 deine Abschussserien sammeln, damit du mal so eine Drohne kriegst und, und, und keine Ahnung. Was, 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 was. Ah, das gibt's doch nicht. Einschlag, nee, ist klar. Ich hab volle HP und volle Panzerung, der macht einschlag und ich bin tot. Ja, ich weiß, ich weiß, das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich. Na, na, na. So, fünf Kills. So. Oh, Regeneration. Oh, hat er denn? Oh, Mann. Ja, der kriegt, der kriegt mich trotzdem. Nein, ich wollte gerade schießen. Na, 75, 54, was wollt ihr denn? Wir haben gewonnen. Was, bin morgen Abend bei GTA dabei? Ja, mach's gut, Ackwanton. Ich weiß nicht, wenn du von mir morgen Abend anstehst. Ich weiß auch noch nicht, keine Ahnung, mal gucken. Nee, weil ich muss dann mittags meine Eltern vom Flughafen abholen. Ja. Morgen, morgen will es dich auch noch nicht, weil morgen will ein Kumpel zu mir kommen, trinken, tauchen und dampfen. Gute Nacht, Kevin. Gutes Nächtle, Kevin. Schlaf gut. Nachti. 9 zu 14. Wird auf jeden Fall besser. Vorhin waren es noch irgendwas mit 3 und 10 oder so. Naja, aber... Level up? Sascha, soll ich dir was sagen? Was denn? Aufs Dings hätte ich jetzt auch ein bisschen Bock. Was denn, worauf? Rue Kass. Oh ja. Hast du auch Rue Kass? Natürlich. Echt? Die Goatie oder die alte? Ja, freilich. Wollen wir ein bisschen Projekt Kass machen? Die normale Version oder was? Oder hast du die Goatie? Ah, die normale. Die vom Anfang... Ja, ist ja... Nee, ich hab die normale Version, aber... Ja, geil. Ich hätt jetzt ein bisschen Bock drauf. Wollen wir ein bisschen machen? Ja, cool. Machen? Das ist Saschas Stream. Der muss entscheiden. Ja, können wir von mir aus machen. Weil dann haben wir jetzt ein bisschen... Pass auf. Ich hab jetzt hier noch eine Folge, die geht zwar... Was ist mit Palle denn? Ich weiß nicht, ich müsste mal gucken. Ich glaube, der ist... Warte mal, ist der online? Soll ich den mal raus hier aus der Lobbygruppe behalten? Ja, ich bin schon mal raus. Ich schau mal eben. Party. Nein, nee, nicht zusammenspielen. Einladen möchte ich gerne. Ich möchte gerne einladen. So, ist Palle online? Ja, ich lade den mal ein. Mal gucken, vielleicht hat er ja Bock mitzumachen. So, ich... Wisst ihr das nicht mehr, dass ich Projektors hab? Ich wusste das nicht, ich wusste das nicht. Keine Ahnung. So. Dann beende ich mal eben die Aufnahme. Also, wie gesagt, für YouTube. Tschüss. Tschüss. Dann mach ich schon mal Projektors drin. Wird er mich jetzt hier veräppeln? So, was ist denn der Telefon? Das ist kein...